so und da sind wir wieder bei battlefield mit mir dabei der dumme und herzlich willkommen wie immer die klappier was von den club club der baddys club der toten baddys frische wasserflasches hast du musst dich bei den land schreiben so du läufst du schön vor ich hoffe jetzt mal mit dir mit mal direkt druck hier granate da wird man eine granate geschmissen hat aber nichts mehr gebracht mich hat eine mit der granate weggefickt ich habe ihn mit der mit der mit der dings gekehlt mit der handfeuerwaffe ja das mache ich oft nein mach das zu selten deswegen aufheben kann ich dabei aufheben oh ja cool ich will auch die kommen jetzt hier oder von dahinten da kamen wir auch ja hilfe der ist tot und mit einer anderen treppe kam hier einer die sind doch relativ wenig das ist jetzt ein bisschen unfair muss man sagen ich bin tot ja ich weiß ich war aufgeregt ich dachte wenn wir anders würde mich lassen oh ja so in der tat ich wollte das war nicht doch mal bei dir jetzt fühlt es wieder jetzt konnte ich nicht sehen weil es auf rot geblendet hat weil ich die treppe runter rete scheiße wieso denn waren und zurück ins landgebiet man wir haben da schon vorrücken meine güte da ich weiß aber du darfst du nicht rein ich bin einfach eingelaufen da wo ich war durfte ich nicht unter die treppe ja das geht jetzt aber jetzt können wir durch wobei ich mal irgendwo in einem video gesehen hatte dass man das durchrennen kann das irgendwie schafft bis es dann passt abhin kommt durch noch einer dahinten und sagt dass wir damit schild spielt er sehr bei ihm jetzt fast zu drei viertel akku links ist einer da kann man dritter mann gibt es dann nicht kann ich mir auflegen ich mache jetzt erst mal den scharf die der die 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 Beide, schade. Mhm. Schöne Sache. Ah, kacke. Bei dir läuft's jetzt grad, ne? Ah, kommt erst mal wieder. Okay. Fossile wurden ausgeschaltet, wir kontrollieren jetzt dieses Scheißteil. Beide, wir kontrollieren jetzt dieses Scheißteil. Geile Sache. Das ist scheiße, wir juchzen mir ins Gesicht, ey. Müssten lesen. Glaube ich gleich. Nicht wundern. Nicht wundern. Leute? Oh, scheiße, kommen wir noch nicht durch. Boah. Kommt sofort wieder her. Kommt sofort wieder her. Ja, ich will ja. Aber jetzt können wir, glaube ich, aber? Ah, er sollte jetzt passen kommen. Was soll das denn hier sehen? Ja, das passt auch. Ab auf A hier. Erstmal die Jungs wieder aufhören. Oh. Lol, scheiße. Kannst du mich auch wiederholen? Ja, ja. Ja, geil. Da ist ne Claymore drin. Ja, die hat mich irgendwie auch noch weggebogen. Sogar die Granate. Oh, da hat einer der Schild. Sehr geil. Ist ja gar nichts, leider. Ist alles am Rauchen hier. Das ist top mit dem Schild, also das ist perfekt. Das ist richtig geil. Ich meine, der Typ macht keinen einzigen Kill dadurch, aber der schützt halt das ganze Team. Ja, ich muss nachladen. Oh, scheiße. Jetzt ist er weg. Ich hab ihn. Es sind noch zwei. Ah, klasse. Einen hab ich noch. Ja, es sind noch mehr. Ah, die sind oben auch. Ja, ich spawn mal bei dir. Scheiße, ich hab weggemacht. Können wir wiederholen. Jawoll, danke. Alle wiederholen hier, das ist wichtig, ey. Gibt Tickets. Gibt Tickets, ja. Oh, fuck. Oh, scheiße, muss ich aufheben. Fuck. Ja, Mann, ich treff die nicht, ey. Jetzt hab ich ihn im anderen Weg. Oh, fuck, nix getötet, ey. Gibt's da nicht mal einen anderen Weg hin? Noll. Ja, oben da unten durch. Ist natürlich oben oben hier, ne? Ich versuch's mal von außen nach innen. Das sieht ja nicht so gut aus. Der Idiot da ne Grenate wirft. Und ich irgendwie keinen kaputt kriege. Warum auch immer. Ich seh auch keinen da drin, das ist das Problem. Ich feuer da eigentlich voll rein, aber ich seh nix. Komm, ey. Rein da jetzt. War auch krass, ey. Ich schieß auf die Leute und sie sterben halt auch einfach grad nicht. Irgendwie treffe ich nicht mehr. Da ist alles gesmoked, Alter. Wird hier von irgendwas geblockt? The fuck. Ach, ey. Von dem Gelände? Ne, da war irgendwie das andere so auf dem Boden. Und ich werde hier auch die ganze Zeit des Moos. Seht dich. Ah, von unten, von unten, von unten, von unten, von unten Treppe. Lol. Von oben kamen wir hier, glaub ich, auch was. Mich nennt man weg, wiederholen? Wir sind tot alle. Ach, sah so aus, als würde da gerade einer von uns retten. Das war nicht da oben jetzt wieder? Ja, ich glaub das war erfolgreich gekrönter als der West. Ah. Nicht so richtig, aber. Aus dem Fenster schießen ist relativ erfolgreich meistens. Ja, wobei war es natürlich auf die Range auch einen guten Aim. Ich hab zwei getötet jetzt. Okay. War bunter jetzt. Bring doch da hoch, Mann. Kann mich da wieder aufheben? Ja, voll hab ich. Ah, fuck. Ich bin so voll in die Hände gelaufen. Kommen da alle durch den Tunnel durch. Alle. Mach einfach ne Granate rein. Lol. Ich hab mich da nicht weggemacht, Alter. Boah, jetzt machen die richtig Druck da. Ey, komm jetzt. Steh auf. Nein, da wieder, ey, geil. Ja, der war ich. Ach so, sauber. Boah, fuck, fuck. Wir haben es aber. Wir haben es. Scheiße, nicht durchgeworfen. Scheiße. Das kommt. Lass knacken, Alter. Jawoll. Da hab ich noch. Oh, scheiße. Komm zurück, komm zurück. Ich hab син. Der war zu. Komm doch mal hier. Faxon. Dann durch. Ah, der ist fast tot. Kommt schon. Jawoll. Und wieder auf dem Dänke. Sieht gar nix. Scheiße. Wer trägt hinter dir? Ich dachte, ich versuch's einfach. Nein! Warte, ich mach's erst mal an hier. Ja, ja, ja. Jawoll. Ich hab's ihm noch gesehen, aber... da war nix zu wollen. Dann... Na, scheiße, hier ist einer. Oh, fuck. Zwei Stück. Scheiße. Einen hab ich. Ich lieg hier vorne, falls mich wiederholen kann. Ne, da ist auch wieder Gold geworden. Ja, wir haben's aber. Ist alles gut. Ich hab euch unten das Ding gelebt noch. Alles super. Der stand direkt neben dir. Kannst du mich aufheben? Boah, scheiße. Brandgranate. Uh, Brandgranate hat mich weggehauen. Scheiße. Schade, schade, schade. Leute, wo ist denn da noch einer gewesen? Ach, da auf der anderen Seite. Meine Fresse, was eine Action, ey. Geil. Das macht Spaß, ey. Das geht grad ziemlich ab. Ja... Schon wieder befördert worden. Äh, ich auch gerade. Oh, länger. Noch mal mal. Oh, fehler nicht. Oh, da stand ja einer Scheißepflichtung drauf. Wieder nichts gesehen, ey. 283 Stück. Okay, kein Thema. Hätte ich hier nicht geschafft. Laul, ich hab'n 200% EP-Boost grad gekriegt durch'n Battlepack. 200er. Kannst du halt aufmachen? Ja, Escape kannst du ja aufmachen. Echt? Okay, muss ich noch gar nicht. Na, für Escape gibt's die, dann kannst du's ja angucken. Kannst du's dann auch aufmachen. Das ist recht praktisch, weil meiner Leute nicht gleich aus. Vielleicht mal 200er reinkloppen. Ah, not, Alter. Hilfe! Hilfe! Ich brauche eine Emotion! Aha. Hat er hier einen Durchbruch oder was? Ja, sauber. Loool! Hilfe! Zählt als Kill, coole Sache. Mal, Waffe. Guck mal denn. Laserbesier. Breser als nix. Breser als nix. Wo steckst du? Ah, hier. Naja. Aber jetzt möchte ich Druck. Einfach mal reingelaufen. Und. Schaf machen. Klein. Ich bin einfach mal kacke, in drei ist reingerannt. Habe einfach mal noch zwei oder drei Leute weggefischt. Ich seh' ich nicht, ich hab' mich beschossen, Alter. Irgendwo von dem Gang da unten. Der Smokern hier oben. Oh, ich glaub' mein einigen Granat hat nicht mehr getroffen. Ich hab' gebrochen. Die lag weit genug weg, aber... Oh, lol, ey. Boah, was ist da los? Scheiße, die versuchen zu defusen, kacke. Ja, die kriegen's auch hin. Von meinem Chef, scheiße. Boah, was einer. Assasser Run drauf, Alter. Loll. Wo, 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 wo. Der ist da hinten irgendwie. Wir sind jetzt grad irgendwie alles schön rausgeploppt und da hätten uns alle schön weggemacht. Das ist kacke. Haben wir nur nach 46 Tickets, ey. Nicht gut. Nee, absolut nicht. Weil wir jetzt alle so arschweit weg sind und erstmal hinlaufen dürfen. Auf dem Weg kann viel passieren, ja. Oh, fuck. Da wurde ja auch schon geschossen. Was? Oh, fuck. Man, ich achte dann manchmal nicht mehr drauf, weil ich dann denke, okay, jetzt erstmal Leute wiederholen. Naja, das ist dumm. Das ist eine dumme Idee, ey. Aber wenn ihr dann natürlich alle abkackt, ist das natürlich auch kacke. Aber, gut, jetzt hat's zu viele Tickets gekostet, theoretisch. Ja. Hätt auch nichts geändert. Oh, wir haben gelegt. Geh unten durch. Boah, wo ist denn da einer? Ach, da vorne. Genau, hinter mir. Wieso? Hä? Ach, der kam hinter uns hinterher. Lol. Da steht das auch. Kacke. Zauberetzen. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Muss man da Druck machen. Nee. Wie willst du Druck machen, wenn alle einzeln laufen? Ja, so eine Geschichte mit dem Schild. Geil. Ja, dann wär er eben auch wieder da. Aber... Nützt die hier nie so viel, weil... Das war die Claymore da drin kaputt machen. Ich mach scharf, ich mach scharf, ich mach scharf. Ich mach scharf. Ich mach scharf. Wir haben es jetzt mal. Alter, was geht hier ab? Wir kontrollieren jetzt die Basel. Weiter. Loll. Wir haben es jetzt auf jeden Fall. Loll. Wurde einfach nur weggepumst. Wie viel Granaten haben die Leute denn, ey? Das ist der Scheiße, ey. Aber wir haben es auf jeden Fall zerstört. Ich hab mich zumindest aufgeopfert für den Mist, ey. Das war es mir wert. So, erstmal bei dir spawnen. Auf geht's. Aber da können wir schon mal vergessen. Da haben sie schon alles wieder abgeschottet. Das wird hart, ey. Das wird durch die ganzen Nadel, oder was wir... Ja, Kacke. Noch mal random schießen? Jawohl, kann ich einen aufheben. Sehr schön. Sehr schön. Das ist gut so. Scharf, ja. Na lol. Erstmal voll verdrückt, ey. Das kann ich auch. Bitteschön. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Granate. Noll. Was ist das? Ich kann mir da verlieben? Einer Scheiße. Da ist irgendwie jemand am M kommen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt, oder? Da ist irgendwie einer dran. Ich weiß nicht, unsere noch da sind. Klingt auf jeden Fall noch gut. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Jawoll. Nice. Sehr schöne Runde, Leute. Das war Action. Wir hoffen, euch hat's natürlich auch gefallen. Deswegen hier Standardsatz. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Und lasst einen Kommi da. Danke, genau. Besser hätte ich's nicht sagen können. Bis zur nächsten Runde, Leute. Juhu. Tschüss.